dann schauen wir mal ob es hier so kristall wieder gibt aber ich glaube ja ansonsten also im letzten level da jetzt etwas war das frühling oder sommer ich weiß jetzt nicht mehr habe ich jetzt eigentlich überhaupt kein kristall gefunden deswegen schauen wir doch einmal hier so ein kristall finden oder vielleicht ist es dann auch immer eine andere energiequelle die einfach anders aussieht es kann natürlich auch sein ist so alles schön vereist aber da gibt es nicht viel zu machen also irgendwelche wurzeln oder so aktivieren ist irgendwie nicht oder schlammloch 3 von 4 was war denn das jetzt schon wieder da habe ich ja noch nie aufgepasst komm ich komme ich hier so doch wieder rauf ja hier ist ja auch nix also irgendwie weiß ich da jetzt auch nicht ob ich da richtig bin da jetzt immer weiter nach links laufen werde ich wieder zu den wächtern kommen denke ich mal aber das will ich ja nicht wie komme ich denn da wieder rauf dieser stein beherbergt den lautesten und stürmischsten der vier winde den mistral nur die spitze des steins ist sichtbar der rest wurde unter der erde vergraben das ist nun wirklich nicht normal durchforste die umgebung wuchs und finde heraus was den stein festhält ja wie ich es mir schon gedacht habe so was könnte denn diesen stein festhalten was sind denn das eigentlich dann immer für sachen oder auch ich daran sind das immer so löcher irgendwie ganz komisch also irgendwelche runen oder so haben wir ja da jetzt hat habe ich jetzt auf die schnelle nicht gefunden aber so einen kumpel hierher der sich vielleicht mal mit wasser versorgt oder vollsaug besorgt wo bringen wir die netze wieder hin er wird da hier mal hinter was passiert dann hm ja das war es glaube ich nicht so klug aha wow also ich habe jetzt da irgendwas aktiviert aber das war jetzt eigentlich nicht so geil für mich oder weil der hat mir jetzt da die die den übergang versperrt oder wo war denn jetzt dieser übergang naja hier gibt es schön Wind bin ich da schon drüber gelaufen über diesen übergang ne oder schauen wir doch einmal kurz aber ich glaube das war ein anderer übergang oder ja ich will jetzt eigentlich ja wieder nicht zurück sondern ich will in diesem gebiet gebiet bleiben also schnell wieder zurück aber so ganz geheuer ist mir das noch nicht was hält diesen stein fest es gibt da auf jeden fall wieder so runen das ist sehr sehr gut zu wissen dann machen wir hier mal so ich will ja mit diesem blatt hier rauf so und schauen ob da oben was ist oh jeje es war wieder knapp hier da drüben könnte ich rüber ah jo sehr schön also wir haben jetzt da wieder was aktiviert das ist schon mal super aber so ganz verstehe ich das immer noch nicht was ich da überhaupt aktiviert habe also das muss ja dieser teich sein oder und dann der andere war halt irgendwo hinten da noch irgendwie so das haben wir auch aktiviert mhm mhm da hätten wir wieder einen freund gehabt wow das ist ein portal jetzt jetzt ist das ein portal wir kommen hier nicht weiter ah weil wir unseren freund brauchen wow jetzt wird es richtig heavy für mich portal oh moment moment wenn ich da länger drauf bleibt dann ah ok ok das heißt ich mache hier mal so und ich versuche mal den hier aufzufüllen geht das lol wie geil ist das denn ähm moment moment ja ist egal welche jahreszeit ich da jetzt habe ich kann das dann ey das wäre ja mal mega geil wenn ich das aufbrechen könnte jo oh so super 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 oh Hey, hörst du mir zu? Wenn du weiterhin so viel schläfst, wirst du dich eines Tages in deinen Träumen verlieren und niemals wieder erwachen. Was machst du denn für ein Gesicht? Stimmt etwas nicht? Es ist nur, ich habe einen Geist im Heiligtum gesehen. Na und? Hast du jetzt Angst vor Geistern? Nein, das nicht, aber wenn einer von ihnen eine Knospe wird, muss ich ihm dann meinen Platz überlassen? Muss ich dann unter den Stein zurückkehren? Ich glaube, du stellst dir zu viele Fragen. Hey, mach dich nicht über mich lustig. Erklär es mir lieber. Entschuldigung, aber ich habe es dir schon mehrmals erklärt. Schon vergessen? Es kann immer nur eine Knospe existieren. Und ist eine Knospe auserwählt, lässt sich das Ganze nicht rückgängig machen. Bist du dir da auch wirklich ganz sicher? Wenn ich's dir doch sage. Hm, ja, das sagst du ja nur, um mich zu beruhigen. Nerve ich dich vielleicht mit all meinen Fragen? Überhaupt nicht. Dafür bin ich doch da. Wenn du dir selbst nicht vertraust, wie kannst du da anderen vertrauen? Versprichst du mir, es zu versuchen? Einverstanden. Ich verspreche's. Und schon haben wir wieder einen Traum gehabt. Und wieder was aktiviert. So, aber Ich bin da jetzt irgendwie im Kreis gelaufen. Das heißt, einen Traum haben wir schon mal gefunden. Jetzt müssen wir bloß noch dafür sorgen, dass wir diesen Stein da frei bekommen. Nehmen wir den jetzt einfach mal kurz mit. Ich weiß gar nicht, ob wir den groß brauchen. Wow! Wow, wow, wow. Hier hat man schon wieder ein Portal. Schlammloch. Jetzt sind wir da wieder am Anfang, oder? So, ziemlich Ziemlich am Anfang. Ja, deswegen will ich mal wieder zurück. So, und der Boden. Ach so, hier haben wir wieder was Festes. Das mal kurz aufbrechen. Wo wir doch hier irgendwo unseren Freund haben, oder nicht? Ist denn das Verwechslicht jetzt? Schauen wir doch einmal. Das wäre aber schon weit schon sehr weit hergeholt. Hier oben vielleicht jemanden gehabt? Ne. Glaube nicht. Ja, dann muss es auch auf der anderen Seite was geben. Ich glaube, der war auch auf der anderen Seite. Ja, da oben. Ja, da oben. Wie komme ich denn da wieder hoch? Vielleicht mit ein paar Blätter. die mich da raufbringen. Jo. Ebst. Okay. Okay, da muss ich schon noch weiter höher. Ganz schön weit hinauf. Oh, da gibt es sogar zwei. Okay. Also, wunderbar. So, und er geht gleich in die richtige Richtung. Wunderbar. Ja, kurz wieder Winter machen. Sprengt super. Superb. Komme ich denn da wieder hin? Ist das wieder so eine Art Abkürzung? Wow. Das ist mir irgendwie nicht geheuer. Ja, was ist denn das da Schönes? Okay. Ich habe mir schon gedacht, warum gibt es da zwei? Warum gibt es hier zwei, Freunde? Die kann man nicht, mich aber nicht port... ist einfach kein Portal hier. Oh, da oben müsste ich hin. Ah, da ist noch eine Feder, oder? Ja, perfekt. Die hätte ich jetzt so fast übersehen. das ist mir ja Und jetzt Und jetzt das ist mir so geil ist. Und jetzt